Herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge, Ruf Bergmann mit dem Ostrhein-TV. Guten Tag. Natürlich bin ich ja in der letzten Folge ansehen gewesen, aber im Regen darf man ja bekanntlich nicht ansehen. Und deshalb fahren wir jetzt Müll sammeln. Ich mit dem Weißen, oder Sie mit dem Schwarzen? Genau. Kann ja nur schief gehen. Ja. Ja, den Motor starten sollte ich auch. Sonst geht das nicht. Und das Gute ist, so bekommt man auch ein bisschen Geld. Und Sorge, weil es gerade laggt. Ich habe keine Ahnung, warum. Es steht auf jeden Fall, die CPU ist überlastet. Und ich sehe es auch, weil es laggt, aber ich habe keine Ahnung, wieso. Keine Aufnahme, oder wie? Ja. Ja, oder das Spiel? Nee, die Aufnahme, Mann. Es ist schon wieder, die Söller. Oh, Mann. Hast du schon wieder alle geklaut? Ich kann es halt. Wo fang wann die Schlag? Aber wie soll ich nehmen mit die Scheiß-Pannen nicht daraus? Welche Tasse? Panischer? Ah, guck. Wann? Du musst nur die andere Klappe noch zu machen. Ich muss auch zum Sägerwäcker fahren, oder zur BGA, oder nicht? Die brauchen auch noch Müll. Nee, wir gehen jetzt in die Stadt. Komm. Ja. So, und ab geht's, die Glotze. Bin ich Rennprofi. Komm, guck mal zu. Rennprofi. Du kannst nicht da im Graben irgendwo. Rennprofi. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da. Rennprofi. Ja, Rennprofi. 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 Ey, du bist doch wieder Fallschungel. Landhandel Ne, wir gehen mir in die Stadt, jo Och Bois Renmprofi Renmprofi Rundfunk, da kam H Blink raus Nur steht Feldweg mit 110 km Nur fürst du lang, oder? Keine Übersicht in den Vortransit, aber gut Rundfunk, rückwärtsgang, rene geschossen Ok, ich sehe, dass gerade momentan schlägt Das auf jeden Fall nicht mit Absicht, da so lächst Ich hab keine Ahnung, so Leute, es könnte bei mir natürlich auch Das ist ja Nichts Neues Hallo Na Der Müllmann ist da Das hab ich auch schon gesagt beim Friedhof Ja, hab ich gehört Oh man Die Säcke wollen heute nicht Tja Das Der hat auch noch einen Anhänger Fällt auch schon früh auf So Oh, weißt du Hallo Na kurz, ich bin vorsichtiger als der Aussie So 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 Ich wollte eigentlich Spanggurter drauf machen, aber ich passt nicht irgendwie rein Ich bin zu groß für den Transit Ich bin zu groß Und ich bin zu groß Wie hat auch gesagt all das Ja, das ist das Ja, das ist das Und ich bin zu groß 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 Aber ich bin zu groß und und das rote Wacht ist auch der größte OBS-Alter h in zu meinen Prognügen über die Gäste anzuprobieren was denn L er er die er ist und er 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 Prozent wenn er die Säte getötet denn die Diktung Prozent die Erwärmung vor Schmiede bekloppt bis aussehen ich gehe mit ich gehe mit dem Bus von Snooki Snook Müll fahren und ich bin ab mit einem Prozent Auto nach dem das ist noch nett gefragt ob du auf den Transporter fahren darfst oder? natürlich ich hab auch gesagt ich mach dir kein Kallo wieso siehst du die Hand dann nicht mehr? manchmal siehst du sie nicht so so vorwärtsgang weil wer richtig ist ja so warte mal jetzt ganz angucken wie voll sind die Klärgruben weil die Klärgruben sind auch bald voll na 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 hallo Müller oder wie du heißt oh falsch also ich hoffe ja dass wir insgesamt fast 5.000 Euro bekommen ja hoff ich auch aber sollte mal ein rum sein ja weil ein Sack so viel ich weiß äh gibt 130 Euro ja so ein Transporter ist was voll alter weil nur noch nicht ansatzwäse ah schon geht oh ja nee weiter ja Boah ich mach mal hinten die Straße so kannst du eine weitergehen schweig Komplettier die Geburt hier alter Boah Jonge an der hielten das ist das zu sehen die jungen die bisher sind die jahre kommen konnte noch kein sagt jetzt ist er nicht jetzt ganz normal problem weiter dann ich triff immer das Dach vom Transparenz Jürgen das arme Dachalter so ist er sagt drin oh schnell die Klappe zumachen so vorwärtsgang mit Hilfen Prozent 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 gelassen sind okay um die Mauer und 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 die Mauer sie gelten ich habe kommen helfen ich probiere es und ich glaube nicht weil ich denke es ist schon und warten es ist nicht auch immer die Schwierigkeit ein paar Jahre kommen da ist ja mehr Dieselverlust als äh gewinnen ab jetzt geht es ich kann doch nicht weiter bei der machen also kein thema ich kriege alles die 4 Prozent hier haben wir zwei Fort Hansel Prozent Müllaufladen Prozent Prozent der Wettbewerb vorzunehmen zu helfen die Köln da hat es sich dran gefahren Oh man, wie sind die liegen da nur drei Müllsäcke? Äh, was überall liegen mit drei Müllsäcke. Oh, jetzt habe ich den Motor ausgeschaltet. Oh. Immer achte ich die scheiß falschen Tür auf. Auf jeden Fall, bei dem Kunden habe ich einen neuen Scania gekauft. Aber war kaputt. Was? Ich muss jetzt seine Müllsäcke nicht mitnehmen. Uff. Nachbar, das liegen. Alter. Was kommt man? Äh, über all die Müllsäcke, das haben wir uns ganz angekündigt haben, dass wir jetzt kommen. Auf jeden Fall. Wir sind nett in der Hofverband. Schöpfen, 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 Schöp Prozent Prozent so was war es oder e das war und Prozent musste sein in Anrufe Land Prozent Pölger 1 es ist gar nicht Kraftstoff den Start den Kirchen weiß ich auch nicht Boah Junge sind hier durch äh bei Metzger der wo ist neu gekommen weiß ich auch durch da war ich kurz hin was war sie denn überhaupt das ist eine ganz neue äh ich bin wohl abkürzung zu viel das zu mehr mit sich und wie sie es was ich nicht für mich und mein letzter Haus wir haben du schon mit Probe Sachsen in der Reihe so dort lieber auch der hätte auch ein Prozent 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 ja ich wüsste damit er auch bestimmt viel mehr und für den ganzen Knochen und so und schlacht so nur ein Sack so ein Transise so gut wie ich wollte etwas so das ist ein Wert von Prozent und die ich zum Beispiel für ein Treffen war uns beide ich hatte das kann bekommen von Twitter um in einem neuen 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 Klaus ist alles was sich um einen neuen 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 auch es ist nicht immer nicht machen 8.3 Ollettkopf Prozent Eintritt auf jeden Fall ne nun gut so wo ist die Masterei er oben links oben links und am Segerberg ist die Masterei Prozent und die Mühle da bist du schon gewesen oder nein auch mal um die Mühle ist auch bei dir und Pfeifferl da war es beschwert zu gestern da hat Werner gerät Werner von den Pfeifferl ja wie ist denn ein Mühle unter dem Alter mit 130 km h gelungen die langen Brettern ah auf jeden Fall Warte ist ja mit Mühle das war schon bist du schon bei der ne es war wohl Anzeige fehlt und Pfeifferl die Gewässer angekommen ähnelt dann ist hier hat es nur drei Säcke Ruf hähnlich sag' Gott will sag' gut hähnlich das muss aus dem Urlaub er er hat es nur drei Säcke wer äh fast überall hat es nur drei Säcke h Prozent die hat sich ein Schaustvollen ich glaube kein Sack und solche und schuld noch die 3 Leck doch in der Säcke wenn jetzt der Gantt, wenn man sieht, in die Luft springt, dann war das. Wie? Was? Gut. Gut, ich glaube das passt. Okay, ich fahr zurück. Mosterei, Mosterei. Mosterei, Mosterei. Link raus. Auto hab ich nicht gesehen. Nein, nein, nein. Ich bin auch noch falsch gefahren, aber mal lass uns. Hast du schon fertig? Jetzt gerade im Moment, ja. So, jetzt fahr ich zum Landhandel runter. Ja. Macht das. Nee, geh mal gucken, du erst bei der Claire Werke. Oh, wo ist ein Claire Werke? Gerade neben dir. Ach so, ja. Geh mal gucken, wenn es da was gibt. Jo, Vater. Du bist zweimal auf der Karte. Tja. Hey, der Müll überholt mich. Hey, der Müll überholt mich. Schon peinlich, wenn der eine Müll sich, äh, dich überholt, gell. Ja, das geht wieder. Boah. Also, das ist der Impressive, wir kannst du gar nicht fahren. Nee, der Müll überholt mich. Ja, haha. Ja, haha. Das sieht dann aus aus. Auf jeden Fall diese Folge, wenn, machen wir Klaus auch Müll oder es ist egal wie lange die Folge geht, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben eh schon über Länge, fast 18 Minuten, also von ja her. Ja, von ja her. Wenn schon über Länge dann schon richtig. Auf jeden Fall. Wie viele Stunden, wie viele Stunden hat dein Transition drauf? Das sagst du gleich. Ich dachte, das ist wirklich so gar nicht sein. So. Äh. Ja, Landpantel. Schau, was? Äh. Äh. 0,3. Mit 0,4. Und das ist unser Transit? Hm. Ne, ich geh zuerst mal abladen, sonst da fast keiner mehr rein. Geh zum, geh zum Clearwerk. Ja, das ist ja, gleich hier die Schatten ab, dann läuft die Steine mal auf und dann ja. Ich komm runtergeschossen. Ja, der überholt mich schon wieder der Müll. Der rauskommt sich. Ja, mal beschaut die ganze Zeit. Das sieht genau gleich aus. Bitte aufmachen, hallo. Mann. Ey, du darfst hier auf dem Gelände, auf dem Müllgelände nicht schneller wie 10 fahren. Okay. Okay. Du weißt schon, wo abladen, oder? Ja, klar, ein Junge ist schon Profi. Geht sicherlich in die Hose. Welche Hose denn? So, so, ich nehm ein ganz offizieller Weg. Einmal abladen bitte. Nee, du musst, äh, die Handbremse nehmen. Ich zeig dir, wie das geht. Warte mal. Ich hab' ich, ich hab' ich festgefahren. Ja, ich muss eh auf dich warten. Ich hab' ich festgefahren. Warte. Iron Differential. Geht. Kommst du raus? Ja. Warte, ich zeig dir, wie das geht. Bin gleich da. Fähig des Jahrhunderts, wenn das nicht geht. Hältst mir die Kollision. Schlai auf meine Strategie ab. Was? Hat der Transit gute Bremsen? Weißt du das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall setzt du da, auf jeden Fall setzt du da immer auf, auf dieser Kante. Das interessiert kein Mensch. Ja doch, weil du kannst ja nicht drüber. Was? 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 Wie ist das alles? Wie ist das alles? Wenn das jetzt nicht geht... Wie geht's? Ja... Ähm... Ja... Wie das aussieht... Oh... Tschüss... Oh man... Hilf mir! Nö... Nö... Hilf mir! Nööö... Ok... Ja, später... Ich hoffe ja gleich, wenn ich wieder komme... Wie das aussieht... Alter... Ach, das ist wieder cool ist... Oh... Ach, da... Ich brauche schon... Ich brauche schon... Fürs Schneiden... Da kann ich wieder was schön da reinschneiden... Oh man... Oh man... Oh man... Wie siehst du... Du kommst den Sack nicht packen... Geist... Geist... Luft 100% Oh man... Oh man... Ich weiß nicht, was aus Klo... Oh man... H этappen... I des... Hyt... Hyt wertrug nachden... Du kommst mit wieder was... Nå... Hyt... Hyt... Uuuuut... يع... Hyt... Back... Hyt... Mange... Hyt... Tja... Hyt... st hast du ein Gespann-Gurte dran bei der mich auch nicht Roku ich habe aus Versehen den Motor ausgeschaltet Robert ist kontaktiert und bitte passen wenn wer ist die hunderte Folge hundertste Folge und mal gucken mal gucken wenn ich das für die Gene hundertste Folge ah nein das wäre natürlich so nice so eine überlänge für die hundertste Folge dann wäre nice h h h so bin ich schon wieder da h h ja ist egal wenn man schon kräftig oder ich glaube schön die sind jetzt in München doch es sei hier raus Prozent wir gründen heute Abend ja in Sachtest auch könnte das nicht die hundertste Folge sein mit der Überlänge Kölzer Fasskopf und Hohen weiß nicht ob es will Sankt sonst fehlt unterteilt und hier aber ich glaube schon ich bin auf jeden Fall in der Wüstung so wir sind in den über 90 oder so also du ja für uns das Kurs glaube ich eben auch nachher sie bei der Schweizerwehr versucht aufzuräumen und dann wieder fällt wir sind fast aber dreißig Minuten schon wiederhoben weil die Rufberg mal einfach einfach meistens du hast so viele Autos er hat gesagt Prozent ich bin das wäre jetzt etwas wollen hören und und sie den Tag du hast andere Pny's drauf es sind richtige Winterspannen was Winterpny hast du drauf was hab ich drauf Winterpny oh rückgeweck oh wir könnten aber Schluss machen okay schlägt er aus oder wir haben's ich mach doch mal den Motor aus meine Gute erfolgreich Müll gesagt ja in 30 Minuten ok jetzt nirgendwo den zwei schlechtesten Müllmänner der Welt ne auf jeden Fall liebe Leute lasst doch bei beiden Kanälen ein Däumchen da lasst doch bei beiden Kanälen ein Kommentar da lasst doch bei beiden Kanälen ein Abo da und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal und tschüss Ciao.